Können Sie sich noch kurz absetzen und die Elfriede drücken? Okay. Für alle Neuen. Wir pflegen hier einen Begrüßungsstil, wie man sieht, den man auf der Straße nicht so oft sieht, aber der immer mehr, wie der sich zeigt. Früher war das der Bruderkuss, aber der war nicht ernst gemeint und jetzt ist es der Menschenfreundschaftsumreicher und der ist ernst gemeint. Grüß dich. Okay, ich bin mal in die Schule gegangen. Insgesamt 26 von 52 Jahren. Und was man da an Verbrechen hinterlässt, steht jetzt live für euch. Und ich möchte euch jetzt einen kleinen Eindruck davon vermitteln, bevor wir das Thema wechseln. Wobei es im Endeffekt ja kein Themenwechsel ist, weil Bildung ist einmal das eine, Wertung ist eigentlich schöner, Menschwerdung. Und zur Menschwerdung gehört natürlich auch ein vernünftiger Umgang mit Ressourcen und auch ein vernünftiger Umgang mit Tauschmitteln, ob man das jetzt Geld nennt oder Tauschmittel. Und ich wurde 1968 eingeschult, im zarten Alter von sechs. Jetzt schauen wir mal, ob ihr es rechnen könnt. Ja, ich bin 1962 geboren und kindergartenfrei aufgewachsen, das ist schön. Weil wir schimpfen über den Koran und seine Koranschulen, wo Kinder mit zwei, drei Jahren den Eltern weggenommen werden, um einem Glauben von Mohammed erzogen zu werden. Und wir ziehen unsere Kinder schon mit einem Jahr in Krabbelstuben. Und wir haben ja letztes Mal einen Film gesehen. Und wir haben ja letztes Mal einen Film gesehen.